Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute die Vor- und Nachteile des Bezo-Fass Messina der Firma Bali. Nun, zum ersten Mal muss man sagen, die Optik ist immer subjektiv, das Empfinden ist unterschiedlich. Deshalb ist Messina auch anpassbar mit verschiedenen Armlehnen, mit verschiedenen Breiten. Das ist jetzt nur eine Variante, wie Sie Ihr Messina gestalten können, wenn Sie es im Fachhandel kaufen. Hier ein schöner roter Stoff mit Klapparmlehnen, was ganz praktisch ist, weil ich kann die runterklappen und habe damit noch mehr Platz zum Liegen in der Querposition. Auch sieht es etwas gefälliger aus. Sie können es natürlich auch ganz streng, gerade machen. Das ist Geschmackssache, wie gesagt. Was keine Geschmackssache ist, ist Qualität. Und Qualität ist hier das Rezept. Wir haben einen sehr hochwertigen, flachgewebischer Karstoff hier drauf. Und wir haben natürlich eine einzigartige, einfache Technik. Alles mit einer Hand. Eine echte, lose Matratze. Und ein Liegekomfort, wie im Bett. Sie liegen auf Betthöhe. Sie haben hier eine Matratze, eine echte Unterfederung. Hier sogar mit Lattenrahmen. Achtung, wenn Sie es bestellen, das kostet Aufpreis. Ergo Flex. Und es gibt auch verschiedene Matratzen, Qualitäten. Hier eine sehr hochwertige Kaltschaummatratze. Ich glaube sogar Brütex. Zwei Leute haben hier bequem Platz. Das Gestell ist aus Metall. Also macht einen richtig stabilen Eindruck. Und ich weiß auch, es ist stabil. Also gegen die Technik lässt sich fast nichts sagen. Ganz einfach zu machen. Das Bett faltet sich zusammen. Der Bezug wird nicht belegen. Er ist auf der Unterseite, wird geschont. Also das sind alles Vorteile von Bali Messina. Der Nachteil ist der hohe Preis. Sie zahlen also regulär in Sonnenangeboten ab 1.500 Euro für eine Sparversion. Normal kostet Messina heute um die 2.000 Euro. 2.500 Euro in der Luxusversion. Das ist doch eine Menge Geld. Aber Sie haben eine lange Haltbarkeit. Und Sie haben ein Stück, wo Sie auch Ihre Schwiegereltern drauf schlafen lassen können. Ein weiterer Nachteil ist, es ist natürlich kastig. Es ist geschlossen nach unten und wirkt bulliger. Aber irgendwo muss die Funktion ja hin. Das ist Messina von Bali. Jetzt noch ein bisschen Advertising für meinen Shop ProfiSchnap.de. Dieses Stück finden Sie im ProfiSchnap.de Shop im Januar 2020. Zu einem stark reduzierten Preis, weil es ein Messestück ist. ProfiSchnap.de. Outlet für Markensofas im Internet und hier in Empfingen. Kommen Sie mal vorbei. ProfiSchnap.de. Ihr Lutz Reinhardt. Dankeschön. Und Tschüss. Kommen Sie mal vorbei.